Hey du, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Du siehst mich hier gerade in meinem Ideen-Ei sitzen. Wir sind nämlich gerade dabei, den Live-Charger-Kurs zu drehen. Also wenn es dir so geht wie den meisten Menschen, dass du aufpassen musst, dass du nicht einfach nur in dieses neue Jahr rein rast und genauso weitermachst wie bisher, dann lade ich dich ein den Live-Charger zu genießen. Das sind elf ultra kompakte Videolektionen, also wirklich circa fünf Minuten lang, die du richtig gut im Laufe deines Alltags konsumieren kannst und drei ausführliche Live-Videos mit mir. Und worum geht es? Es geht im Kern um die Frage, was macht ein außerordentliches Leben auf? Also ein Leben, auf das du dich so richtig freust, was cool ist. Ich verspreche dir viele, viele kleine Aha-Effekte, die eine große Wirkung erzielen. Also ihr Lieben, das Ganze ist ein Geschenk für euch. Nutzt die Gelegenheit, macht mit. Am 8. Januar geht es los. Ich freue mich auf den Live-Charger mit dir. Gelegenheit, macht mit. Am 8. Januar geht es los. Ich freue mich auf den Live-Charger mit dir. Gelegenheit, macht mit. Am 8. Januar geht es los. Ich freue mich auf den Live-Charger mit dir.